Ich bin auch einer, der unsere Familie ausgewandert ist. Mein Großvater ist nach Breiton ausgewandert in England. Er hatte dort einen Geschäft am Meer und sich eigentlich wohlhabend zurückkostet. Es ist eine Familie ausgewandert. Das habe ich natürlich vertreilt. Aber dort sind die Helmese. Das ist mehr Pial. Und das ist die Plan. Und hier ist es auch nicht.